Leibind Leibind Doch, Lona Wir sind elf Leibind Ach, glaub ich nicht! Ja! Wie war der Sohn? Hättest du dir das abbehalten? Ja Ah! 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 Ah ja! Der war halt so gut, wie mein ich nicht! Schauen wir mal ja! Ja, ne? Alles gut! Lieber! Das ist der Rudi! Grüß euch! Wie helst du dich gut? Wie? Wie hängen wir dich Dort? Wie hängen wir ihre Hoffnung Endlich habe ich wieder die Möglichkeit, dir in die Heimat zu schreiben. Ich befinde mich weiterhin im Lazarett und dies wird sich die nächste Zeit auch nicht ändern. Mein Zustand ist unverändert. An manchen Tagen geht es besser, an manchen schlechter. Jeden Abend bete ich zu unserem Gottvater, dass er seine schützenden Hände über dich und die Kinder legt. Schönen Tag, jetzt wohne ich dich. Hände auf, steck mich geschmeißen. Darf ich um? Lobbläder. Ach du Scheiße, du. Setz statt. Jetzt gehen wir weiter. So gehör, was hast du damit? Frohe, der sei Bix. So gehör mal die. So. Musik Großer gebratenes Herz von der Hirschkuh mit Göttersalat und Bongau-Oliven.